Ich bin Witteln. Schatz, die Shisha-Bar aus Tschechien schließt. Schade! Jeder, der mit mehr als 10.000 Euro Bargeld verreist, ist laut Aussage unseres Bundesfinanzministers ein Krimineller. Du, 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 ihr wollt Langzeiturlaub machen und habt vor, mit Bargeld zu bezahlen und nehmt für eure drei Monate Urlaub mehr als 10.000 Euro mit? Das ist nicht normal. Ihr seid kriminell, unser Bundesfinanzminister. So, gleich zu Anfang diese Info. Manche wissen es ja nicht. Also, wenn ihr vorhabt, außer Landes zu fahren, egal, ob ihr verreist oder privat jemanden besucht oder geschäftlich unterwegs seid und ihr nehmt mehr als 10.000 Euro Bargeld mit, müsst ihr das beim Zoll anmelden. So ist der Stand. Wir werden von euch vielleicht sagen, ja, 10.000 Euro brauche ich eh nicht, nehme ich nicht mit. Andere denken anders. Unter anderem gehöre ich auch dazu. Möchte ich auch gleich ein praktisches Beispiel zum Besten geben. Im Jahre 2016 war ich nach Thailand gereist für drei Monate und hatte da einzustecken 7.000 Euro. Ich bin mit den 7.000 Euro nicht ausgekommen. Damals mit Western Union der Papierkrieg. Vor sechs Jahren oder sieben Jahren war das so. Da musste man noch ellenlang ausfüllen und die Gebühren waren teuer. Ja, war sehr aufwendig. Am Geldautomaten mit der Kreditkarte hat man in Thailand nur 200 Euro pro Tag abheben können. Auch das finde ich nervig, wenn man jeden Tag zum Automaten rennen muss. Mal abgesehen von den Gebühren oder dass manche Automaten gar nicht funktionieren. Also als Alternative für mich war eben das Bargeld. Und wenn ich dann reichlich mitgenommen hätte, übrigens hat der Urlaub gute 9.000 Euro gekostet, und wenn ich dann ein bisschen Reserve in der Tasche gehabt hätte und der Zoll hätte mich erwischt, hätte es dafür eine Ordnungswidrigkeit mit Strafzahlung gegeben. Wieder zum Thema des Videos. Bargeld über 10.000 Euro dürft ihr nicht mitnehmen. Ansonsten beim Zoll anmelden. Ich mache jetzt mal ein lebendiges Beispiel, damit ihr, also der Otto-Normalverbraucher begreift, was sich ab dem 01.01.2024 ändert. Denn ab diesem Tag haben wir das Mega-Finanzamt. Und das Mega-Finanzamt arbeitet mit dem Zoll zusammen. Und wenn der Zoll euch erwischt, na, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also, momentan, die zwei Monate, die wir jetzt noch haben, ist das so, wenn ihr zum Beispiel 15.000 Euro mitnehmt, das beim Zoll nicht angemeldet habt, der Zoll bei der Flughafenkontrolle euch erwischt, dann wird das Geld, ja, die 5.000, die zu viel sind, erst einmal einbehalten. Egal, ob ihr zugebt, dass es euer Geld ist oder ob ihr lügt, das Geld gehört mir nicht, spielt keine Rolle. Es wird erst einmal eine Ordnungswidrigkeit gegen euch eingeleitet. Also kein Strafverfahren, sondern eine Ordnungswidrigkeit, meist anhängend mit einer Geldbuße. Die FK werden erst einmal verwahrt und dann kontrolliert der Zoll, woher das Geld kommt. Dann wird recherchiert, ob es aus terroristischen Quellen, aus anderen kriminellen Quellen, Schwarzgeldquellen oder egal woher, da wird der Kug geschaut, wo kommt denn das Geld her. Und jetzt kommt's. Dafür hat der Zoll maximal 90 Tage Zeit. Meistens kommt er zu keinem Ergebnis, weil die Behörden sind überfordert. Oder man stellt fest, ist ja doch euer reguläres Geld, was ihr gespart habt. Dann bekommt ihr das Geld, ja, in diesem Beispiel die 5.000 Euro wieder. So jetzt der Stand von diesem Jahr. Ja, aber ab dem 01.01.2024, und das ja sehr, sehr bald, haben wir ja das neu eingerichtete Mega-Finanzamt, was sehr viele mehr Befugnisse hat als jetzt das normale Finanzamt. Und mit dem Mega-Finanzamt arbeitet selbstverständlich andere Behörden mit, unter anderem der Zoll. Das heißt, die Zollbeamten arbeiten mit dem Mega-Finanzamt zusammen. Diese Beschlagnahmen jetzt, meinetwegen am 02.01.2024, bei euch die 5.000 Euro, die ihr zu viel mitgenommen habt. Und aufgepasst, behält das Geld nicht ein, sondern die Zollbeamten ziehen das Geld ein. Ja, sie ziehen das Geld ein, und es gibt keine Frist, wie im jetzigen Beispiel von 90 Tagen, es gibt keine Frist mehr. Und diese Beamten müssen euch das Geld auch nicht zurückgeben. Das Geld wird eingezogen. Das ist die große Änderung. Ich habe euch dafür eine Quelle in der Videobeschreibung reingepackt, einen Link, eine fette PDF-Datei. Müsst ihr dafür öffnen. Und auf Seite 151 steht denn diese Gesetzesänderung, was den Transport vom Bargeld über die Grenzen betrifft. Könnt ihr alles nur mal in Ruhe durchlesen. Also bitte ab dem 01.01.2024, wenn ihr vorhabt, mit mehr als 10.000 Euro Bargeld zu verreisen, was euer gutes Recht ist. Bargeld heißt Freiheit. Müsst ihr das beim Zoll angeben. So, am besten gleich mit Quelle, woher das Geld kommt. Ja, und wenn nicht, sieht es ab nächstem Jahr ganz, ganz übel aus. Dann werden viele sagen, ach, ist ja nicht so schlimm. Gibt ja Kreditkarte, gibt ja verschiedene Anbieter, wo man sich Geld überweisen kann. Aber dann ist ja wieder alles schön nachvollziehbar. Man liefert denen, gehören freiwillig sämtliche Daten. Und ich sage immer, was geht es jemand anders an, was ich denn so im Ausland an Spaß, ja, Unterhaltung so betreibe. Das Schlimme auch daran ist, wenn solch ein Gesetz besteht, müsst ihr immer sagen, das Schlimme daran ist, dass man diese Obergrenze mit Bargeld, ja, wenn das Gesetz nun mal steht, immer weiter nach unten absenken kann. Wer sagt uns denn nicht, dass in zwei Jahren nach 5000 steht und in fünf Jahren 1000 Euro, wenn wir noch dieselbe schreckliche Regierung haben, ne, vorausgesetzt. Denn ist irgendwann alles nachvollziehbar. Man ist sogar, wenn man es ganz böse annimmt, wenn man jetzt mit Karte im Puff bezahlt, ist man sogar erpressbar. So muss ja das aussehen. Man ist erpressbar. Oder spinnt mal weiter rum. Ihr macht eine Operation im Ausland, weil ihr hier dementsprechend nicht die Heilfürsorge in Deutschland bekommt. Und die Operation ist preisgünstiger. Lasst euch mal entweder an der Schulter oder am Rücken operieren. Die Daten liegen vor, weil ihr mit Kreditkarte bezahlt habt. Ihr möchtet denn irgendwann eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Krankenversicherung abschließen. Und ihr könnt ihn nicht abschließen, weil eben das dann da drin steht. Oder ihr könnt diese Versicherung abschließen, aber dann wird ausgeschlossen, wenn ihr berufsunfähig werdet, aufgrund von Rückenproblemen, zahlt die Versicherung nicht. All solche Sachen, da kann man noch so viel rumspinnen, sind denn einfach die Daten. Der Datenschatz von euch ist vorhanden. Und damit entstehen euch in Zukunft Probleme und Freiheitseinschränkungen, woran ihr jetzt noch nicht einmal im Traum denkt. Die Medien und die Politik, die nennen denn immer den Grund für solche Bargeldeinschränkungen Terrorismusbekämpfung. Bargeldbekämpfung. Um uns Angst zu machen und damit wir dieses dumme Spiel mitspielen. Leute, dann frage ich euch mal hier in der Runde rein, wie viele Leute sterben in Deutschland durch den Terrorismus. Also ich kenne keinen, aber wie viele Leute sterben im Jahr in Deutschland durch den Terrorismus. Und wie viele Menschen saufen sich jedes Jahr tot in Deutschland. Da kenne ich einige. 50.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen von Saufen. Damit darf ich wohl lauthals herausposaunen, Paulana ist erfolgreicher als Al-Qaida. Habt ihr Angst vor Al-Qaida? Hm, also ich habe mehr Angst vor Lkw-Fahrer. Da sind manchmal richtige Schläfer unterwegs. Also, bis zum nächsten Sonntagsvideo. Bye, bye.